Enterprise Klima gibt bereits Anleitungen in welche Richtung man denken kann. Ob das jetzt in der Produktion ist, in der Entwicklung, im Einkauf, es gibt keinen Bereich, wo Nachhaltigkeit nicht wichtig ist. Die Großen können von den Kleinen lernen und die Kleinen von den Großen und dass wir dann quasi die Best-Practice-Beispiele miteinander umsetzen. Nur wenn du weißt, wo du stehst, kannst du wissen, was du am besten angehst. Jetzt gilt es, einen Plan auszuarbeiten, wie wir zum Net Zero kommen. Es wird wirklich versucht, praktisch etwas in Niederösterreich umzusetzen.